ja hallo ihr lieben und willkommen zu diesem modell review diesmal eine modellrarität aus dem jahr 1992 der kadilon cornflash 25a von konrad modelle das modell hat die artikelnummer 2014 querstrich 2 wir schauen es uns in diesem video einmal genauer an wie gesagt ein recht eine absolute modellrarität ja eine modellrarität er ist der kadilon ist zeitgleich mit dem proteien gm rhd erschienen ich habe beide modelle tatsächlich in der sammlung jetzt und wir können beide modelle miteinander vergleichen beide modelle sind sich recht ähnlich bis auf ein paar unterschiede die ich euch in diesem video erklärt also wir sehen uns dann gleich nach dem intro wieder servus ihr lieben und willkommen zu diesem modell review wieder ja heute mal ein modell in 1 zu 50 und zwar eine modellrarität wieder gibt es leider nicht mehr so oft oder gibt es fast gar nicht mehr im internet zu kaufen das modell stammt aus den 90ern ist zeitgleich erschienen mit dem proteien gm rhd den ich euch ja auch noch vorgestellt habe schon und den ich auch hier unten stehen habe da können wir vergleiche ziehen so ein bisschen ja schauen wir uns einmal den kadilon cornflash 25a an ja und das ist das gute stück freunde wie gesagt sehr sehr einfach gehalten wir schauen uns das ganze natürlich noch genauer an wie gesagt hier gibt es einige unterschiede an diesem kran modell es fällt sofort auf die ausleger abspannung ist eine andere hier bei ihm liegt daran dass der ausleger bei einem kadilon cornflash keine hydraulische ausklappung hat keine hydraulische entfaltung hat wie der proteien sondern da wird alles über seile geregelt bei seil züge sozusagen ja fangen wir aber mal genauer gesagt erst mal unten an wie gesagt es ist nicht viel dargestellt erst recht einfach liegt halt daran das modell ist auch schon über 20 jahre alt und wie gesagt hier ist zum beispiel der der schwenkmotor dargestellt einfach nur ein elektrischer kasten fehlt hier ganz den hat der proteien aber auch nicht muss man dazu sagen wie gesagt hier kann man sehr schön die hydraulik sehen hier in dem bereich die ist beim proteien gmr hd tatsächlich gleich also der turm ist derselbe tatsächlich nur halt wie gesagt das ganze unterscheidet sich halt in der farbe kadilon wurde 1977 vom proteien übernommen wurde dann in die bpr group ein einge einge oder kam dann zu bpr group kadilon blieb aber hat aber eigenständige krane entwickelt immer noch muss man dazu sagen und sie hatten vor proteien schon ein hydraulischen fallkran das war der kadilon chrono 10 meine ich ich blende euch ganz zum schluss mal ein bild ein vom ersten kadilon kadilon schnelleinsatzkran sie sind halt wie gesagt bis in die 90er selbstständig geblieben haben selbstständig krane gebaut eben wie zum beispiel die großen chrono modelle also das sind ja top doppelt teleskopierbare türme und 55 meter ausladung hat der chrono 55 das sind schon ordentliche ausmaße für einen unten dreher wie gesagt schauen wir uns aber diesen chrono nicht den chrono sondern den cornflash 25a an ja wie gesagt ist nicht viel dargestellt beim kadilon hier wie gesagt der schwenkmotor das hier vorne ist die ist der ist die ist die ist die trommel fürs hubwerk die saltrommel fürs hubwerk die gewichte sind die gegengewichte sind sehr sehr einfach dargestellt sie sind kleiner wie beim proteien tatsächlich hier könnt ihr sehr schön die hydraulik von dem kran sehen die ist tatsächlich gleich wie beim liebherr oder wie beim wie beim proteien gmr hd und wie gesagt hier die der ausleger ja bis hierhin ungefähr sind ist der proteien und der kadilon eben baugleich ausleger technisch ist der kadilon allerdings anders wie der proteien das zeige ich euch aber auch gleich noch mal wie gesagt er hat keinen hydraulisch ausfaltbaren ausleger wie jetzt proteien sondern hier wird wie gesagt alles über seilzüge geregelt einige unterschiede fallen dann doch auf zum proteien zum beispiel dass der kadilon eine kunststoff laufkatze hat also sehr sehr einfach gehalten der laufkatz motor ist dargestellt den müsst ihr separat einbauen also der ist nicht fest im ausleger dran den müsst ihr wie gesagt dann selbst selbst montieren hier wie gesagt bei meinem kadilon fehlt leider das schild das typen schild bpr kadilon steht normalerweise dran war bei meinem jetzt nicht dabei und hier könnt ihr das sehen wie gesagt das wird alles über salzüge geregelt da ist jetzt nichts mit hydraulik der ausleger ist auch länger wie beim proteien gmr hd hier könnt ihr auch noch mal sehen die hakenflasche ist geringfügig kleiner die ist die stimmt tatsächlich die ist relativ klein bei meinem kardilon kornflasche hier das hier oben ist alles halt eingehakt das seil das nackenseil und wie gesagt ansonsten der turm ist soweit baugleich mit dem proteien ja so schaut das ganze dann von der anderen seite aus da könnt ihr den hubwerks motor hier sehen ansonsten ist nicht viel dargestellt bei dem kran er ist sehr sehr einfach gehalten das sind die abstützungen wenn der für den turm könnte die hydraulik halt sehen und wie gesagt so schaut der kran halt von der anderen seite dann aus wie gesagt er hat einen längeren ausleger wie der proteien wie gesagt es ist eine modellrarität er ist sehr sehr einfach gehalten eigentlich typisch für konrad modelle in diesem zeitraum da braucht man sich ja nur ihn hier hinten anzugucken wobei er das ist ja tatsächlich ein geischer modell hier hinten im hintergrund der 30 k der ist ja auch recht einfach gehalten da ist allerdings der elektrokasten noch dargestellt bei ihm hier ist der elektrokasten nicht dargestellt was ich eigentlich schade finde aber wie gesagt der hubwerks motor und der schwenkmotor die sind wenigstens dargestellt was auch bei cadilon typisch ist man sieht die cornflash auch mal mit so so rötlichen beton oder kontergewichten hat er jetzt hier nicht gott sei dank gefällt mir auch nicht so sonderlich ja schauen wir uns mal den vergleich zum proteien gmr hd einmal an so dass jetzt haben wir mal den proteien daneben den proteien gmr da fällt dann natürlich schon auf dass die gegengewichte höher sind wie gesagt ansonsten sind die unterwagen gleich aber auch hier sind eben der schwenkmotor und der hubwerks motor dargestellt beim proteien ansonsten unterscheiden die sich nicht viel allerdings vom ausleger her schon im übrigen zum thema hakenflasche der cadilon hat tatsächlich eine kleinere hakenflasche also die hakenflaschen beider modelle die stimmen sehr sind sehr sehr detailgenau einziger unterschied beim cadilon ist halt die laufkatze aufs kunststoff beim proteien ist sie aus metall wie gesagt beim cadilon die ausleger entfaltung oder die ausleger ausfaltung die erfolgt beim cadilon über seilzüge eben beim proteien eben ist das ganze mit einer hydraulik geregelt so wie heutzutage üblich aber wie gesagt der cadilon hat auch etwas mehr ausladung wie der gmr hd proteien gmr hd ist die vorgänger baureihe der oder die vorgänger vorläufer der heutigen igo baureihe von portalen wie gesagt sie sehen sich beide gleich eben wobei man sagen muss dass cadilon zu jener zeit bpr cadilon war noch selbstständig cadilon hat ich weiß nicht wie lange noch selbstständig krane gebaut obwohl sie schon 1977 vom proteien übernommen wurden haben sie noch sehr sehr lange krane eigenständige krane gebaut und cadilon hatte auch vor proteien schon ein schnell montage kran also so ein falt kran eben muss man auch dazu sagen ansonsten die modelle sind wie gesagt beide im selben zeitraum erschienen sind heute nicht oder fast nicht mehr zu kriegen der proteien ab und an mal ja der cadilon so gut wie gar nicht mehr sind beides modellraritäten muss man dazu sagen aber auch beides sehr sehr einfach gehaltene modelle wie gesagt beim proteien da ist es genau das gleiche wie beim cadilon da habt ihr eben hier oben nur den laufkatz motor den müsst ihr auch beim proteien selber montieren genau dasselbe wie beim cadilon der ist lose mit in einer tüte den steckt ihr hier oben einfach ein wie gesagt beide modelle sind sehr sehr einfach gehalten sowohl vom unterwagen als auch vom ausleger also detailgrad ist da nicht sehr viel war aber auch man muss sich das so vorstellen das sind 20 jahre alte konrad modelle damals waren die noch nicht so detailreich wie heute wie gesagt machen wir hier nochmal einen kleinen cut und kommen dann schluss und letztendlich nochmal zum fazit so bevor wir zum fazit kommen habe ich jetzt nochmal den portalen ego daneben gestellt der ist natürlich etwas detailreicher muss man sagen der hat auch den laufkatz motor hier unten wie gesagt der ego hat hier unten den laufkatz motor und das hubwerk ist hinten hinter diesen elektro kästen und der ist natürlich wesentlich detailreicher der ist ja auch nicht von konrad also das könnt ihr hier aufklappen diesen kasten wie gesagt der ist wesentlich detailreicher der portalen ego nicht desto trotz gibt es ihn auch kriegt man ihn heute auch nicht mehr zu kaufen bei ebay oder bei sonstigen modellhändlern weil der wird auch nicht mehr produziert von nzg twh genau wie der große portalen der der portalen mdt ab und an kriegt man den portalen ego doch noch in gelb zu kaufen also mit gelber lackierung hier in dieser roten lackierung ist er ja limitiert gewesen tatsächlich wusste ich auch nicht nur dass der limitiert war in der roten lackierung hier nicht desto trotz es sind drei modell krane die wo man halt wo man halt sagt da kommst du nicht mehr dran die kriegst du nicht einfach nicht mehr zu kaufen und sie werden immer teurer wie gesagt das sind so die drei fall krane wie gesagt der in der mitte der gmr hd ist die das ist halt die vorgänger baureihe vom ego wenn man so nehmen will drei wunderschöne faltkran modelle das interessanteste modell ist definitiv der kardilon weil er hat eben keine hydraulische ausleger ausfaltung sondern hier wird wie gesagt alles über seilzüge geregelt und wie gesagt der portalen gmr hd und der kardilon die sind beide zeitgleich entstanden der portalen ego meine ich 2010 2012 so in der größenordnung ist aber leider auch nicht mehr zu bekommen wie die beiden dann kommen wir jetzt tatsächlich zum fazit dann machen wir hier nochmal einen kleinen cut ja das soll es mit dem review gewesen sein im anschluss kommen natürlich detailbilder von dem kardilon ja kleines fazit zu dem ganzen sie werden nicht mehr und wenn ihr solche krane gerade ego gmr hd oder auch den kardilon cornflash im internet habt kauft ihn euch sie kosten so um die 200 euro inzwischen also ich kann mich daran erinnern noch als ich etwas jünger war habe ich diese krane schon bei einem modell herrscht modell also bei einem modellhändler gesehen da haben sie so um die 115 120 mark gekostet d mark noch weil es sind ja modelle die kommen aus den 90ern heutzutage haben sie ihren wert verdoppelt und sie werden nicht mehr hergestellt sie werden immer weniger im internet definitiv also diese drei modelle die dahinten stehen genauso wie er hier die finden die kriegt man nicht einfach nicht mehr die kriegt ihr einfach nicht mehr nur noch ganz 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 selten werden sie mal im internet angeboten sie werden weniger immer weniger und sie werden immer teurer ich habe für den gmr hd jetzt 200 nach nicht mal 200 160 euro habe ich bezahlt dafür also preislich der gmr hd und der kardilon lagen beide bei 160 euro der ego der lag auch den portal ego in roh 21 heißt er ja der hat mich damals 128 euro gekostet den habe ich neu gekauft heutzutage sie werden einfach nicht günstiger sie werden immer teurer und die tendenz bei den dreien ist auch nach oben es sind wertanlagen ich habe hier er hier kostet inzwischen wenn er original verpackt ist und noch nie die original verpackung verlassen hat liegt er hier bei knapp 1000 euro inzwischen kann man so rechnen 800 euro mindestens wenn ihr mal überlegt ja wenn ihr bei ebay rein guckt da war ein liebherr 630 ec strich h in der liebherr werksfarbe wohlgemerkt also so wie ich nur oben bei mir im modellzimmer stehen habe der ist für 5000 euro weggegangen nur mal so drüber nachdenken 5000 euro hat den sich einer gekauft ja sie werden nicht mehr sie werden immer teurer ich kann euch nur empfehlen wenn ihr unser modell seht irgendwo kauft ihn euch weil wie schon gesagt sie werden nicht mehr sie werden nicht neuer neu bekommt ihr diese modelle gar nicht mehr also wenn dann gebraucht im sehr sehr guten zustand kann ich euch nur empfehlen aber auch da recherchiert im internet guckt weil es gibt doch welche die sich dann an euch bereichern wollen und ja soviel dazu jetzt zum abschluss wie gesagt detailbilder und ich wünsche euch was sehr sehr schönes ich hoffe das modell review hat euch soweit gefallen gebt den ganzen daumen nach oben ich würde mich freuen macht es gut bis dahin und salue bis dahin und salue bis dahin und salue bis dahin und salue Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.